Und David Coutard kommt gut weg, aber das sah für mich sehr, sehr früh aus. Und David Coutard scheint das Sprintduell zu gewinnen gegen Mika Heckin. Und Michael Schumacher ist vorbei an Rubens Barrichello. Und Michael Schumacher wird angeschoben von Riccardo Zonta. Startunfall Michael Schumacher, Riccardo Zonta sind darin verwickelt. Ralf Schumacher steht da. Und jetzt ganz links am Bildrand. Beide Ferrari nebeneinander. Michael Schumacher ist schon neben Rubens Barrichello und kriegt jetzt den Schubs von hinten von Riccardo Zonta. Da dreht sich Barrichello, kreuzt da Schumachers Bahn. Der geht nochmal ganz nach rechts, ist jetzt neben Barrichello. Und dann kommt der Schubs von hinten. Pass mal ganz nah. Trulli im Getriebe von Barrichello und Zonta im Getriebe von Schumacher. Zonta und Trulli sind allerdings auch ein ganz klein bisschen kollidiert.